Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Der Zero, der hat sich versteckt. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ja, wo ist denn der? Ja, wo ist denn der Zero? Ja, hallo, hier bin ich. Ich komme hier raus. Ich sehe auch gar nicht den Namen durch die Wand oder so. Wir haben kurz gerät, so ob ich jetzt wieder rauskomme, aber ich komme raus. Also von daher ist alles gut. Ja, du bist ja der König der Verpacktheit, ne? Ja, ja. So, wir wollten jetzt nächstes da sein, ne? Soweit ich weiß. Das war unsere Quest jetzt. Jetzt muss ich mich mal kurz hier wieder einfinden. Wir hatten eine kleine Aufnahmepause. Äh, Operation Trap, Klapp, Klapp, Klapp. Was? Operation Trap, Klapp, Klapp, Klapp. So war das. Ja, ich wollte gerade sagen, letztes Mal ist es aber besser ausgesprochen gekriegt. Ja, ja, ich muss mich erst wieder einsprechen. Wir haben es hier ganz früh morgens. Der Tower hat mich quasi im Bett geklingelt, damit wir aufnehmen können. Das stimmt. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir so viele Missionen hatten. Uuuuh. Uuuuh. Übrigens, äh, der Saboteur in der Headstormie, da habe ich versucht, äh, ausgefallen. Okay. Was machst du denn da hinten? Ich, ich habe extrem geile Sachen gefunden. Was ist das? Hier ist eine Lootkiste und das solltest du dir an... oder ich bringe es dir mit. Also ich habe auf jeden Fall eine neue Sniper für mich gefunden und ich bringe dir mal was mit. Weil die Sniper, die ich jetzt habe, oder die ich jetzt gefunden habe, macht nochmal mehr Schaden und kein Elementarschaden. Da, wo ich ja jetzt momentan drauf bin. Und die andere Sniper hat Elementarschaden und ist orange. Ne, bla, 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 bla. Ne, orange, orange, tatsächlich. Hier, bitteschön. Ja, warte, ich schließe gerade so ein, zwei Dinge, damit mein Spiel nicht kruckelt. Okay. Ah, da. Irgendein Sniper. Das ist die nicht. Meinen ist besser. Oh, okay. Dann nehme ich es so mit. Lalalala. Wo willst du hin? Wir gehen in die andere Richtung. Achso, ja, stimmt. Aber was war die andere Quest, die wir haben? Hyperion Dump? Ich glaube, ich nehme sechs gut aussehende Reifen für Markus. Achso, das. Ja, da gehen wir sowieso noch irgendwann zurück, ne? Jo. Da kriegen wir jetzt sowieso nicht so viel Erfahrung mit Ableveln 36. Daher. Was haben wir noch? Senders. Gorgel. So ein Gackern schlecht. Glucktrap getötet. Aha, und wo ist das? Keine Ahnung. Du magst Claptrap, ne? Total. Claptrap ist der Kracher. Wo müssen wir denn hin? Ach, da unten wieder hin. Ach da. Jo. Wollen wir hin? Jo, gewöhnen. Okay. Machen wir den Gackern in Claptrap. Ich hoffe, hier kommen wir nicht runterfallen. Clappy, trappy, 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 klappy. Ja, spring du mal vor. Nein, du bist doch das letzte Mal auch hier runter, oder? Ja, Punktleitung. So, ich laufe mal ein Stück vor, damit bin ich... Nein, 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 nein. Oh. Fall nicht wieder runter. Wieso bekommen wir überhaupt die Quest mal so spät? Dass man jedes Mal zweimal in solchen Videos, ne? Ja, das ist ein bisschen doof, aber... So ist das nun mal. Ja, es wäre halb so schlimm gewesen, wenn wir dich beim letzten Mal ungefähr fünf Stunden da drin verbracht hätten. Ja. Um eine Kiste zu suchen. Das stimmt. So. Ich denke mal, der ist im großen Bereich dritten, oder? Kommen wir kurz auf die Karte, wo müssen wir genau hin? Ja, im großen Bereich tatsächlich. Okay. Ich hänge. Wo wir die Vögel gesehen haben. Und da ist ja nochmal eine Lootkiste zum Öffnen. Ist wahrscheinlich nur ein Crap drin, aber egal. Hier war doch mal stärker. Ach, ich liebe meinen Buff, wenn ich brenne. Ich bin immer so schnell. Ja, das stimmt. Liebeschnell zu sein. Ich bin wie Sonic. Nur nicht blau. Naja, manchmal bin ich schon blau, aber... Nicht im Let's Play. What? Ich bin kein Alkoholiker. Das sollte nur ein Scherz sein. Ich bin überhaupt richtig. Wir sind falsch gelaufen. Ihr wisst schon, warum Zero gerade so verwirrt ist, ne? Also, naja, ist egal. Wo läuft der denn schon wieder hin? Ich renne gerade nur hinterher. Vielleicht sollte ich selber mal gucken. Ja, das werde ich schlecht. Ich bin auch zurück, ne? Oh, ey. Ich bin verwirrt. Zero, was geht? Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Merk das schon. Wieso hörst du auch auf mich? Das weiß ich auch nicht so ganz. So, eigentlich müssten wir doch jetzt... Hier lang oder nicht? ...lau unten lang. Unten lang? Ja, ich bin der Meinung nach hier unten lang. Ich glaube, ich lau hier lang. Mal gucken, wer zuerst dann kommt. Ich muss ja hier noch 50 Viecher umbringen. Ja, ich auch. Ja, du machst aber 3000 Mal mehr Schaden als ich. Da will auch ein paar Quests ein. Ja, ich sammle die blau oder grünen Sachen. Nicht so wie der Tau, da laufen wir doch vorbei. Ich habe auch was grünes gesammelt, aber es war eine Granate. Was? So, bist du schon da? Nö, du? Nö. Locker dann Sachen einsammeln. Müsst du doch jetzt eigentlich hier lang? Ist das korrekt? Ja. Was kriegt man, wenn man als erster da ist? Du bist schon da, ne? Nee, aber... Ich glaube, beim letzten Mal sind wir ganz anders gelaufen. Das sind wir doch... Wir sind jetzt rechts lang lang gelaufen. Davor sind wir in die Mitte gelaufen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Besser Garten. Wie da einfach nur kacke ist. Das ist echt doof. Ja, auf einmal komplett um die halbe Map. Hä? Also kriegen wir wenigstens die Quest zusammen. Ja, ich lauf die ganze Zeit an den Viechern vorbei. Also ich bin gleich da, meines Erinnerungs. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Oh, Mann. Ich bin da. Ne. Ich bin da. Ne. Ich bin aber über den ganzen Weg gelaufen. Also ich bin einmal um die Map gelaufen. Aber du bist auch da. Ne, bin ich nicht. Das ist es ja. Crazy. Ne, ich warte hier auf dich, ne? Ich glaube, du willst es mit dich hochgehen. Okay, das hilft. Moment. Bin ich hier irgendwo? Ja, du musst es mittig gehen und dann ist er geradeaus. Ich glaube, so bist du jetzt gerade. Autsch. Das ist die Brille und das ist die Brille. Ich lauf mich, aber ich kann irgendwie einsetzen. Na toll. Ich dachte jetzt, ich bin auch gestorben, weil man gestorben. Kann doch sein, dass es dreimal war. Ich zähle nicht mehr. Ich habe nur Schaltkreise, ich muss nur schmelzen. Erzähl ich. So. Geht doch. Ich bin auch noch so ein scheiß Knall hart, ey. Nein, fühlst du dich hart? Fühlst du dich hart? Ich bring dich um. Rot. Oder B. Wo, 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 wo bin ich denn jetzt? Was zum... Meine scheiß Aura. Komm zu mir. Bist du durch so einen roten Christ... Ja, du bist irgendwie über mir. Du bist unter mir. Oh, Mann. Scheiß Aura. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich fühl mich besandelt. Ja, jetzt bin ich... Okay, ich bin hier oben wieder. Alles gut. Ich habe 200.000 Worte, aber ich bin hier oben. Okay. Meine scheiß Aura, die bringt jedes Mal diese scheiß Fässer zum Explodieren. Und dann sterbe ich auch noch. So eine fiese Scheiße. Ich kann dir gleich ganz genau sagen, wo du hin bist. Das gibt es noch gar nicht. Wo bist du denn? Kann ich hier irgendwo dahin? Na, ich räume dir schon mal den Weg frei, sagen wir das so. Ah, ich glaube... Ich komme jetzt auf jeden Fall hoch. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich komme auf jeden Fall hoch. Ah! Tada! Sehr schön. Ja, ich habe alles schon mal gecleared für dich. Jetzt kannst du hier durchlaufen. Oh, SMG-Kenntnisse auf Level 22. Herzlichen Glückwunsch. Woher? Ich kann mich nie mehr erinnern, dass ich irgendwie Kenntnisse bekommen habe. Im Blitzplay. Jemals. Ja, wirst du ja wohl, wenn du Level 22 schon bist. 22? 22, ja. Woher? Woher weißt du das? SMG-Level 22. Stand oben gerade. Achso, bist du gewesen. War ich das? Weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen. Moment. Wo stand das nochmal? Bei... Nee, äh... Wo ist denn SMG? Äh... Rocket, Sniper, Combat, Shotgun, SMG. Nee, ich bin 11 auf SMG. Wo hast du das denn gesehen? Äh... Wo geht man darauf? Äh... Ich habe jetzt übers Hauptmenü und dann auf Charakter. Also einfach auf irgendwas gedrückt und dann oben auf Charakter. Hm? Und dann Waffenfertigkeit. Ich weiß nicht, wie man da so direkt hinkommt. Über P. Wie? Was? In Hauptmissionen oder was? Pause? Nein, 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 nein. Wenn du jetzt zum Beispiel auf deine Skills oder so gehst, dann hast du doch oben so eine Leiste, wo du alles durchklicken kannst. Oder du drückst einfach auf P. Auf deinem Controller. Naja, das war ja geil. Äh... Ja, jetzt sehe ich meine Figur. Ja, und da unterstehen, äh... Waffenfertigkeit. Ach, da! Tatsächlich. Aha! Ja, nice. So, ich gehe dann mal die Quest machen. Ah! Oh. Okay, Cluck Trap. Oh, wie cool! Oh, ich denke, man hat Freunde mitgebracht, ja. Ach, das war's. Hat er wenigstens ja was Gutes verloren? Nö. Zahnräder und, äh, ne Wackelpuppe. Ne Wackelpuppe? Ja, fliegen Vögel. Ich weiß, ihr habt mich auch abgeschossen. Super! Damit hab ich nicht gerechnet! Also man sieht, wenn ich so in mein Menü gehe, dass ich eigentlich nur noch mit SMG spiele. Weil alles ist... Ich hab nichts über 10, aus SMG. Das ist bei 22. Also ich habe... Gott, muss ich mal gucken. Pistole auf 2, SMG auf 11, Shotgun auf 3, Assault Rifle auf 20, Sniper auf 11 und Raketenwerfer auf 6. Also... Oh, Herr. Oh, jetzt blockier mich doch nicht! Krieg ich das nie im Leben hin? Jetzt blockier mich doch nicht! Doch? Nein! Wieso krieg ich das nicht hin? Meine Güte, ey. Wie schaffst du das? Verspringen! Äh, okay. Was haben wir hier noch? Ich hab' geschafft. Ja. Acht Munition... Auch Müll, auch Müll. Alles Müll. Ich sommel mir mal ein paar Granaten rein. Joa. Okay, dann wieder zurück. Okay. Ich glaub' ich gegen Stein. So, dann beile ich mich mal. Dann hängen wir nicht so lange in dieser Scheißhöhle rum. Ja, die ist echt nervig. Ja. Besonders wenn man... Kommt die wieder hier. Besonders wenn man einmal so lange hier drin war, dann hat man echt keine Lust mehr. Ja, das stimmt. Oh, hier ist noch ne... Ruhe, ne, ne... Loot... Kiste. Ja, das ist auch scheiße drin. Müll und Müll. Ja, immerhin ein bisschen... So öffne ich hätte ich noch die ganzen Munitionskisten, ich weiß es nicht. Bisschen was zu verkaufen, immerhin. So mach' ich aber auch. Öffne die auch immer, warum auch immer. Um dann festzustellen, dass man eigentlich maximale Munition hat, ne? Ja, genau. Besonders wenn wir ja die Munitionsregeneration haben ohne Ende. Aber Granaten, die regenerieren sich halt nicht. Das stimmt. Lalalalala, lalalala. Oh. Schon zurück, das ging schnell. Da. Als... Du, da sprinte ich einmal durch die Map in zwei Sekunden. So. Äh, ja, zurück würde ich sagen, ne? Jo. Die Quest abgeben oder wollen wir erstmal eine andere Quest anfangen? So viel Erfahrung bekommen wir sowieso dafür nicht. Ja, ich weiß nicht, also... Äh... 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 Jetzt weiß ich, ich bin aber egal. Halbwegs. Mal wissen, was? Guck mal auf die Map. Ja, wohl, schwarzen Brett müssen wir abgeben. Du darfst ein schwarzes Brett und ich laufe einfach Richtung Schien. Okay. So, dann geben wir sie mal ab. Yay! So, haben wir irgendwas bekommen? Keine Ahnung. Bin auch gleich da. Bin auch gleich da. Oh, hier geht's wieder runter. Aber zu viel Escape. Da ist eine Loot-Truhe. Gab's... Sag ich aber nochmal ein. Gab's hier bei dem schwarzen Brett nicht irgendwo so ein Verkaufsding? Nee. Hier oben war das. Da. Und verkaufen. Was, was wollen wir eigentlich mit diesem ganzen Gate machen, was wir haben? Vielleicht kommt irgendwo mal eine gute Waffe. Für drei Millionen. Ja. Ey, ich wollte noch gucken. Nein, willst du nicht? Ach! Ah! Äh, ist nix tolles. Ey! Hör auf! Schade, hat nicht geklappt. Scorched Canyon. Nee, Scorched Snake Canyon. Äh, was müssen wir... Welche machen wir jetzt überhaupt? Ja, ein... Deaktivierter? Ja, die aktiviert das gerade, ne? Ach so. Operation Trap, Clap, Trap, Blab, 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 Blab. Okay. Genau. Dafür müssen wir aber ein ordentliches Stück laufen, Alter. Vielleicht... Alter. Alter, alt, ein Loot-Paradies. Hä? Also, kann ich hier ne Treppe hochlaufen, die... ...durch rüber... Hä? Ich lauf ne Treppe hoch und ende an nem Gitter. Das will ich nicht durchlaufen. Keine Ahnung. Ah, für den Sinn. Ach so, da könnte ich sonst hochlaufen, wahrscheinlich. Vielleicht mich hier durchbacken. Ich bin der Bug meistens. Ich krieg das hin. Oder ich. Ach so, hier willst du hin. Äh... Moment. Nö, kommt man nicht rüber. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Wer weiß, wer weiß. Rennen wir erstmal Richtung Quest. Ich versuche jetzt andere Waffen zu benutzen, um mich irgendwie aufzulavillen. Okay. Dann werde ich immer den gleichen Scheiß benutzen. Da bin ich gerade am überlegen. Raketenwerfer, Sniper, was habe ich hier auf der 2? Ach, die Schrote. Ich könnte ja mal ein bisschen mit der Schrote rumrennen. So, ja, ich denke mal, wenn wir da hochgekommen wären, hätten wir eine Abkürzung gehabt. Jedenfalls so aus. Möglich, ja. Äh? Oh, den will ich fahren. Diesen Bauwagen hier, oder was das ist. Junge. Das ist ja genau meine Größe. Ja, mit der Schrote macht man echt richtig Schaden, ne? Das ist unnormal. Ja. Musst halt nur da ran, ne? Ja, gut. Mein Gott. Aber wir kriegen wieder ja einen Gegner zugespielt. Sehen es mal ein bisschen anders aus. Aber es mal wieder abgesehen. Sie kommen wirklich nur auf deiner Stelle raus, oder? Total krass. Äh, ja doch. Müssen wir ja da gerade aus, ne? Mal auf den Karte gucken. Alter. Richtig weit drin. Meine Lüte. Oh, da kommt der. Aue! Was hier? Oh, da kommen sie ja aber jetzt alle raus hier. Da kommen die. Um. So. Ich lauf schon mal weiter. Jo, mach dich. Ich sauber das Geld ein. Okay. Ich brauch das. Dringend. Ja, genau. Ich bin gestorben. Sind das alles Ausgrabungsstätten? Ja, also wenn du da mal in die Mitte guckst, das sieht irgendwie ein bisschen ekelhaft aus. Das ist ein Vogelnest. Yay. Combat Rifle auf Läufe. Wow. Was da runtergefallen ist an Loot? Gleich hinterher. Das ist großartig. Bin ich hinterher. Nein. Nein. Au. Was war das? Jetzt bin ich auch runtergerutscht. Au. Was? Junge, 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 junge. Hier liegt eine Schrote, die wollte ich gerne haben. Aber ich kriege sie irgendwie nicht zu fassen so jetzt. Okay, wenn wir da hochlaufen, wir müssen da links hochlaufen, ne? Ich glaub, man muss hier runter, wenn man dann sonst nicht anders rüberkommt. Und du bist ja schon einmal rübergekommen. Ja, ich war schon einmal drüben, aber dann bin ich ja dem Loot hinterher gesprungen. So lootgeil, wie ich bin. Aber ich nehm jetzt auch wieder ne Abkürzung. Ah, nein, schade. Bin auf so nem ganz kleinen schmalen Grat gerade gelaufen, aber irgendwie wollte der das nicht machen. Boah, jetzt darf ich bis dahinten. Oh Gott. Ja, oh Gott. Was ist kaputt? Alles gut, alles gut. Okay. Warte, ich helfe dir. Granade! Er ist Heimtücke schon, ne? Wie der aushält, wenn ich die bei der normalen Rauffe kämpfe. Ja, auf ihn drauf, ja. Ich wollte ihn reiten. Auf ihn drauf, ja. Ich hab' ja nicht noch so für Waffen. Achso, Schildbrecher. Sniper. Eine Schrot wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaub, die hab' ich auch gut gegeben, weil ich die nicht so fand. Achso. Äh, Grenadenweinwurf. Oh Gott. Oh Gott. Wie süß. Oh Gott. 2 Millimeter geworfen. Hä? Hä? Die fallen auf den Boden und machen einfach nur Papp. Das waren doch die, äh, Live-Leach-Granaten, oder nicht? Oh, nee, nee, nee. Ich hab' doch die, ähm, die nach oben fliegen. Warte mal. Die nach oben fliegen und sich dann verteilen. Hä? Hatte ich doch eigentlich. Hab' ich die aus Versehen getauscht? Du hast Knall-Apps. Ja. Schockgranaten? Nee, Regen-Granaten. Hä? Warum funktionieren sie nicht? Kaputt gegangen. Buggy. Ja. Ey, wie weit bist du denn schon wieder? Ey, das ist unnormal. Ich bin nur normal gelaufen. Ich hab' nicht mal mein Tempo angezogen. Was? So, ich versuch's nochmal. Ah, jetzt hat's wieder funktioniert. Seltsam. Oh, Level-Up. Cool. Was ist das? Soldat. Oh. Moment, da muss ich doch gleich mal nachgucken. Ich muss sowieso mein Level-Up machen. So, was machen wir denn? Ich konnte es tatsächlich benutzen. Echt? Ja, jetzt hab' ich Explosionsbolzen 4. Oha. Das ist natürlich cool. Alter, warum bist du denn schon wieder Level 40? Ich brauch' noch zweieinhalb Balken. Echt? Krass. So, ich hab's nämlich. Warte, warte. Ich zeig's dir. 100% Projektilgeschwindigkeit. Plus 20 Projektprojektilkarten. 20%. Ja. Achso. Was? Wie? Wo? Ich hab' einfach nur geleckt. Wo ist das Vieh? Da. Sterb, ihr Mistkrabbler. Alter, lass mich doch in Ruhe. Kannst du mal aufhören und auf die Brune rauskriegen? Achso. Da ist ein schwerfälliger Skag vor mir gewesen. Ich dachte, wieso kann ich mich nicht bewegen? Jetzt aber. Los. So, geht's doch. Geh dieses Skag. Geh zieh mich. Da haben wir noch mehr davon. Jetzt wird weggeblieben. Das ist ja widerlich. Boah, da hinten kommen noch mehr raus. Oh, ich mach's kaputt. Ja, das waren mehr. Das war einer. Okay, ich dachte, es sind mehr. Gut, äh, tauschen. Äh, wollen wir ein, äh, Fäuschen machen? Äh, ja, Moment. Ich mach's hier noch schnell, äh, kaputt. So. Und dann, äh. Ja, da würde ich sagen, äh, ich bin für uns ja schon morgen wieder. Bei der Quest dahinten, die wir gesehen haben. Noch nicht mehr ansatzweise da. Ja, ein bisschen ist es noch, wollte ich gerade sagen. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, tschüss. Tschüss. Und dann sehen wir uns. Wir sehen uns.